Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir waren jetzt bei Wolf in der letzten Folge und hatten jetzt das Ulumulu besucht, aber wir waren halt in der falschen Mine. Gehe ich mal davon aus, dass es vielleicht hier sein könnte. In der freien Mine, beziehungsweise der nicht mehr ganz so freien Mine. Und da müssen wir jetzt einmal mit Gorn zusammen nochmal einmarschieren, es zurückerobern. Wir sind auch jetzt ein Ehrenmitglied hier im neuen Lager. Können wir jetzt so durch oder müssen wir jetzt mit Gorn quatschen? Hi. Es kann losgehen, auf zur Mine. Es kann losgehen, auf zur Mine. Höchste Zeit, dass wir die Gardisten von dort vertreiben. Geh du vor, ich folge dir. Jo. Kommen die anderen auch mit? Oder nur Gorn. Anscheinend nur Gorn. Ich gehe auch mal von aus, dass wir Gommes töten müssen. Und Iberion. Gommes und Iberion müssen... Äh, nicht Iberion. Hier, äh, Kalkalom. Den müssen wir noch. Auch noch erledigen. Schauen wir mal, was hier jetzt uns erwartet. Oder haben wir schon vorweggenommen mit, äh, Gakal. Die sind wieder da. Die Viecher. Die... Razor. Nice. Nochmal neue Erfahrungspunkte. Wie geil. Jo. Das war jetzt ein geiler Angriff. Okay, Gorn kommt nicht hinterher. Ist mir jetzt aber auch gerade... Doch, es wäre mir eigentlich schon wichtig, dass er hinterherkommt. Nicht, dass er irgendwo jetzt da hängen bleibt. Und dann mit uns quatschen will. Und dann so 50.000 Kilometer entfernt ist. Und dann einfach nicht zu uns kommt, weil er irgendwo hängen geblieben ist. Aber wir in diesem Quatschmenü... ...mit dem feststecken. Gorn, hierher. Wo ist er denn? Komm her, Gorn. Komm her. Jetzt sagen wir mal, wo ist er denn? Gorn? Steckt er jetzt wirklich da vorne irgendwo fest? Äh, wo ist Gorn? Oh nein. Wir haben Gorn verloren. Oh nein. Ich hoffe, ich finde den. Oder eher uns. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, dass er jetzt irgendwo verschwunden ist und dann mit uns quatschen will. Wie im Orkfriedhof der andere, ähm, Templer, Baal, wie auch immer, oder Karl, was der da war. Und dann kommt er nicht zu uns. Findet er den Weg nicht. Boah, wo ist Gorn? Ich sehe ihn auch hier nirgends. Wo ist er hin? Alter, nee. Der ist einfach weg. Boah, lass ihn bitte vielleicht sogar vorgelaufen sein. Und dann wartet er hier irgendwo. Ah. Hallo. Hi. Auf in den Kampf. Jo. Warte mal. Siehst du all die Leichen hier? Geh du runter zum Mineneingang. Ich bleib erstmal hier oben und stelle sicher, dass es keine Überraschung von hinten gibt. Wenn du unten bist, komme ich nach. Ja, es dürfte jetzt eigentlich keiner mehr da sein. Wir hatten uns ja um einen Jackal gekümmert. Ne, die Leichen sind doch schon alle weg hier, oder? Die sind alle weg. Wir haben hier auch schon alle gelootet. Sind das? Achso. Gorn, ich bin unten. Ah, hier. Gorn, du kannst kommen. Gehen wir mal hoch zu Gorn. Und fragen den mal, was da Phase ist. Ja, der läuft da erstmal ganz entspannt. Ganz ruhig. Mit Sicherheit. So. Hallo. Hi. Auf in den Kampf. Ja, Jackal und so sind rot. Ja, aber gehen wir auch noch ganz entspannt. So wie Gorn. Entspannter geht's nicht, ne? Okay, wie sieht's dann da drinnen gleich aus? Wir haben ja das Tor geöffnet. Es war ja sonst immer zu. Wir warten jetzt hier eigentlich nur auf Gorn. Er läuft ja viel entspannter, ey. Okay, dann gehen wir mal rein. Jo, die schießen auch direkt gleich alle los. Natürlich. So. Komm, trip den doch! Das heißt, gegen die darf ich jetzt alle nochmal kämpfen. Ey, jetzt. Was soll denn das? Das war jetzt. Jetzt hat er nicht so gekämpft, wie ich das haben wollte. Wir wissen aber zumindest, dass Gorn unten ist. Beziehungsweise drüben und batet. So, den haben wir. So. So. noch einmal noch einmal einen Heiltrank gönnen. Dann gehen wir runter. Öffnen nochmal das Tor. Gorn müsste da vorne jetzt sein. So. Ich glaube, das kennen wir. Was? Event. Ja, event. Kann ich auch. So. Jakal haben wir ja schon vorher besiegt im Voraus. Dann würde ich sagen, wir speichern, bevor wir da reingehen. So. Hier haben wir nochmal ein Bett. Dann speichern wir jetzt. Und gehen rein. So. Kann ich jetzt eben nochmal. Der eine da oben trippt nichts. Finde ich super. Dann gehen wir mal den da erledigen. Äh, nein. Das wird dir noch leid tun. So, da haben wir noch einen. Ach so. Den haben wir jetzt getötet. Hat Gorn den ja da auch getötet. Gehe ich mal von aus. Das wird dir noch leid tun. Das wird dir noch leid tun. Ja, komm. Was? Nein. Wer hat mich erschlossen? Okay, noch einmal rein. Irgendjemand hat es geschafft, mich zu erschießen. So. Alter. Gehen wir mal mit dem Bogen. Vielleicht macht das mehr Sinn. Nee, mit dem Bogen eher doch nicht. Nein. Okay, noch einmal. Okay, Schwert. Alter, wie schnell geht das jetzt? Wie schnell gehen wir jetzt gerade drauf? Alter. Darf doch nicht wahr sein. Wo springt Gorn die ganze Zeit runter? Warum springt er da die ganze Zeit runter? Was, wenn wir jetzt hier auch hinterher runterspringen? So, da haben wir den. Nee. Erstmal... ...töten. So, Käse. Minecrawler-Suppe. Nee, nicht mit Gorn reden. Wir wollen den Gardisten booten. So, jetzt können wir speichern. Da ist schon der nächste. Und... ...weg mit dem. Ach, der lebt immer noch, der andere? Das wird dir noch. So, dann jetzt? Irgendwer trifft mich. Der trifft mich. Und wo? Ach, da oben. So, jetzt töten. Der dürfte jetzt gar nicht mehr leben. Jetzt gleich müsste einer runterkommen. So, und... ...töten. Mitnehmen. Vielleicht müsste nochmal einer runterkommen. Den haben wir schon gelootet. Die Frage ist, wo kommt er runter? Okay, dann lassen wir Gorn erledigen. Und töten. So, Pfeil. Nehmen wir mit. Armbrust. Bolzen. So. Jetzt speichern. Jetzt sind wir wenigstens hier oben. Da vorne ist nur noch einer. So. Auch noch mitnehmen. Ne, Bolzen. Und die Armbrust. Hier gab es aber doch noch irgendwo einen. Wo ist denn der hin? Da unten? Ach, da. Hat sich da versteckt. Okay. So geht's auch. So, dann jetzt noch eben ganz schnell die rote Suppe hier gönnen. Da haben wir noch eine Minecrawler-Suppe. Will jetzt nicht wissen, wie stark die Minecrawler hier dann sind. Genau, den hatten wir schon gelootet. Da ist noch einer. Und noch einer. Jo. Jemand habe ich getroffen. Von mir aus können wir unseren Streit vergessen. Hä? Aber ich bin noch nicht ganz tot, oder? Bin ich ganz tot, oder bin ich nicht ganz tot? Kann ich noch wieder aufstehen? Irgendwie? Ja. Jetzt bin ich tot. Ich weiß jetzt nicht, was Gorn für ein Problem hatte. Den haben wir gelootet. So. Hat Gorn mich jetzt getötet gehabt, oder? Oder jemand anderes? Der ist tot. So. Nochmal so. Da unten sind die dicken Minecrawler. Hier haben wir einen Bolzen. Ach so, den. Ja, okay. Alles klar, Gorn. Ah, hier. Hier sehe ich den. Ja, Gorn, alles klar. Leichter Arm raus. Sonst liegt hier nichts mehr. Oben ist auch nochmal einer. Den müssen wir jetzt auch noch erledigen. Ne, das ist ein Butler. Und ein Bolzen. Der Butler ist noch am Leben. Oder so, halbwegs. Oh. Ja, okay. Gorn, alles klar. So geht's auch. Macht er erstmal den da kaputt. Das sind schon dickere Viecher. So. Heilkräuter nehmen wir mit. Gut, dass wir gegen die klarkommen. Okay, weniger als 2000 brauchen wir noch, damit wir wieder Werke aufrüsten können. Hallo, ich will die Leiter benutzen. So, genau. Und nach oben. So, dann wollen wir da mal rein. Erstmal speichern. Jo, erstmal auf Schnauze legen. Ist wichtig. Nein. Nein. Jetzt hänge ich hier fest. Obwohl, ich hier hinter. Da. Hier, mit Bogen können wir ganz schnell getötet werden. Dann müssen wir selber eventuell einen Bogen nutzen. Ähm. Packen wir mal eben ganz kurz weg. Kann ich hier irgendwen anvisieren? Den? Auch nicht. Bleibt mir keine andere Wahl. Als hier jetzt so runter zu gehen. Nein. Alter. Und wo ist Gorn, wenn man den braucht? Ah. Hier geht's erstmal, glaube ich, noch nicht weiter. Zumindest nicht auf die Art, wie ich es mir wünsche. Und der ist weg. Bringt mir nix. Wenn ich jetzt nochmal so runtergehe. Nee, der wird mich hier tre... Der wird mich treffen. Schutz vor Feuer. Fressen wir mal ein bisschen. So, speichern wir hier. Nehmen wir mal den hier. Nehmen wir mal den Bogen. Warum nimmt er den Bogen? Alter, nee. Den hier. Okay, der ist hier oben. Ach komm, steh auf. So. Schwert nehmen wir auch mit. So ist besser. So. Und töten. So. Oh. Auch alles mitnehmen. Seine Armbrust nehmen wir mit. Seinen Bolzen nehmen wir mit. Jetzt speichern wir mal hier. So. Also da kommen gleich nochmal zwei. Ey, den da. Und töten. Da oben ist noch jemand. Da unten sind noch welche. Und Gorn ist keine Ahnung wo. Ach, da oben. Schießt noch jemand. So. Dengadisto. Nee. Oh, der, der trifft mich. Äh, ganz schnell lieber da dann. Da war auch noch einer? Ernsthaft? Wo kam der denn her? Nochmal kurz zurück. Wo kommst du denn her? So. Ach, ich hätte dich hier schon längst abgesichert. So. Jetzt hier. Speichern. Denn da liegt einer. Da oben liegt noch einer. So. Oh, da oben, äh, der trifft gerade. Und zwar ordentlich. Dann müssen wir den da oben jetzt eben fertig machen. So, speichern wir jetzt. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. So. So. Ist der andere auch tot? Okay. Hier sind wir wieder in Sicherheit. Dann können wir jetzt noch einmal. Weichern. Und gehen wir mal hoch. Dann können wir den da oben wenigstum mal aus dem Verkehr ziehen. So. Und weg mit dem. Gibt es da oben auch noch einen? Schauen wir mal. Das sind jetzt eher nur Buddler. Ne, hier oben ist niemand. Niemand relevant ist. Niemand wichtig ist. Können wir den von hier aus treffen? Ich würde den hier... So, mach mal ein bisschen da oben. Äh, hoppla. Obwohl, jetzt können wir das. Ach, da oben ist auch noch welche. Ja. Jo. Komm. Wir müssen jetzt stoppen. Warum hast du ihn kalt gemacht? Du bist so gut wie tot. Nee, ich will den da. Alter, wie so treten kann ich den nicht anvisieren. So, das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. So. Alter, was hat der denn für ein Aim? So. Können wir den noch einmal und den hier noch einmal. Ja, okay, wir treffen den. Und nochmal Spukbau gestiegen. Nice. Ach, das sind nur Schatten? Schatten sind nicht viel wert, okay. Also, die können nicht so gut kämpfen. Das ist ein Buddler? Achso, das sind nur die Gardisten, die hier. Töten wir den. Und den. So, mitnehmen. Mitnehmen. Ich weiß, wir sind schon wieder in der Überlänge. Nein, ich wollte mich nicht hinsetzen. Ich wollte das einsammeln. Komm. Und davon haben wir noch einen Buddler. Aber ein Schatten fehlt jetzt. Da waren drei Schatten. Oh, da. Aber, aua. Und noch einen Trank. Aber da können wir jetzt so nicht hin, oder? Doch, da. Über eine Leiter. Okay, hier war jetzt sonst nichts, ne? Außer Heilkräuter. Dann gehen wir lieber wieder runter. Und der andere Dude ist dann immer noch da. Nur Gorn ist weg. Keine Ahnung, wo Gorn ist. Müssten wir eigentlich mal suchen gehen. Leichte Armrost. Bolzen. So, und all sein Krams. Oh, was war denn da? Ein Pokal. Ein Pokal. Okay. Komm, den wollen wir jetzt erledigen. Okay, den treffen wir so nicht. Okay. Ne, den Buddler lassen wir am Leben. So. Den Schatten will ich aber. Gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir weiter in die Mine. Und erledigen den ein oder anderen Gardisten noch. Oder Schatten. Wir gönnen uns jetzt eben nochmal aber eine Eikola-Suppe. Oder ein bisschen Käse. Weil wir die Gesundheit zumindest wieder voll haben. So, dann mache ich jetzt für heute auch schon mal wieder eine schöne kleine Aufnahmepause. Weil es ist schon halb drei in der Nacht. Also, da muss ich auch langsam ins Bett. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020